...nicht so extrem gesehen haben, wie zum Beispiel bei anderen, bei einer Kampa hier war. Eleni Andriola aus Griechenland. Sie empfängt die Unterstützung. Und das ist auch gut so, wenn eine Griechin in Griechenland, in Athen, ihr Bestes zeigen will. Die Griechenland. Die Griechenland. Die Griechenland. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018